hey leute und herzlich willkommen zu einem neuen video heute meine röder bestellung unboxing für euch es sind zwei pakete und die werde ich euch heute zeigen was ich mir bestellt habe viel spaß damit so ich würde sagen wir fangen gleich an das liegt nämlich schon ganz gut hier was haben wir denn hier ich liebe feuerwerk ja das stimmt gewinne 1 von 20 preisen da kann man irgendwas gewinnen wir wollen aber jetzt erstmal andocken hier also was habe ich mir gestellt ich habe mir das knall spektakel von keller feuerwerk mit universum cover noch bestellt das werfe ich mal darüber da alles sehr schön verpackt habe ich mir sechs bombe sechs bombe von leslie mit den kugelbomben bestellt da ist sogar ein rohr dabei zum abschießen sehr cool ja sechs raketen sind da drin ich werde es schnell machen ich werde jetzt nicht so viel auf die einzelnen sachen eingehen so ok ich habe mir eigentlich bestellte king aber es ist gekommen king cobra wahrscheinlich restbestände noch ok damit kann ich leben kein problem werfen wir auch mal darüber dann habe ich mir bestellt die riesen bälle von pyroart die haben mir ganz gefallen deswegen ja ich mir die bestellt so flashing thunder also nicht big flashing thunder aber flashing thunder die gibt es ja auch gerade bei lidl die habe ich mir bestellt dann silver pirate von fire event natürlich dann nico 10er kubis sieht jetzt cool aus hatte ich noch nie in dem design dann was ist das hier admiral auch feuervögel so dann haben wir die sonnenvögel von wiko dann ach die hämmern hier hinten dann von pyro giocci vulkane dann von jorge den gold vulkan lampa aladinia von jorge wieder die little devil die es auch bei norma gibt als dankeschön von röder kann ich euch mal zeigen danke dass du bestellt hast und so weiter vielen dank röder bestell ja gerne wieder dann die thunder kong max zum ersten mal habe ich die ich bin mal gespannt wie laut die sind so dann diamond bombenrohr rubin collection ach hier bluster dann haben wir noch mal king cobra ja ich dachte ich kriegte king aber okay damit kann ich leben zwei packungen habe ich mir bestellt dann die batterien von jorge die solaris also ich bestelle mir halt immer sachen die ich noch nicht hatte deswegen von jorge die concord die habe ich dieses jahr zweimal von gao die prestige escort ich auch mal gespannt ist auch ein fettes teil guckt euch mal das kaliber an richtig geil und das letzte in diesem paket die draubnier von pyroart das ist auch ein teil worauf ich mich mega fett freue mal sehen wird schon richtig geil geil werden so das ist paket eins jetzt kommt paket zwei als nächstes paket zwei packungsmaterial da sind auch wieder schöne sachen dabei pyroart kubis dreier kennt ihr ja dann ganz viele pakete moskitos hier eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn stück von der von den moskitos habe ich auch das erste mal dieses jahr da müssten aber noch welche sein dann von leslie feuerberg die naughty boy auch mal zum testen mitgenommen schauen wir mal so dann diamond bombenrohr die red star dann diamond bombenrohr das ist schon ein bisschen abgebrochen seht ihr das ist aber nicht cool golden star von leslie die thunder cube dann night navigator von wer war das ich glaube auch leslie bin jetzt nicht sicher leslie sieht nach leslie aus keine ahnung night navigator dann roter corsair von fire event habe ich auch das erste mal das bombenrohr von nico den bang shooter jorge color vulkan jorge color vulkan vulkan dann den jorge silver vulkan habe ich mir bestellt hier nochmal einen einzelnen keller vesuv so jetzt veco tanz der vampire auch eine mega geile batterie das ist die version von penny sehe ich gerade okay dann von black box der rote drache hat mir auch sehr gut gefallen auf den videos jorge pluton kennt ihr ja alles aber ich habe sie noch nicht getestet dann die jorge das ist ja das jorge imagine auch sehr cool so dann haben wir die mother rusher und das ist auch so eine so eine feuertorf batterie mit fontaine am anfang da freue ich mich auch mega drauf so dann panda phosphor black box adrenalin und als letztes dann die panda red heat joa das ist meine bestellung bei röder feuerwerk ich werde nochmal alles aufbauen und dann könnt ihr euch nochmal die gesamte übersicht anschauen so meine freunde das ist meine gesamte übersicht von meiner röder bestellung diese bestellung hat ungefähr 280 euro gekostet also ist sehr viel kleinkram auf jeden fall dabei aber auch schöne batterien wie zum beispiel ich zeige es euch mal kurz Moment die phosphor vom panda ich bin ja sowieso so ein riesen panda fan die prestige escort auch eine batterie wo ich mich sehr darauf freue dann auf jeden fall die king cobras ja ich habe jetzt nicht the king bekommen sondern die alte charge die erste charge vom fire event ja mal gucken wird schon wird schon gut sein und sonst lauter andere kleine sachen die bombenrohre von diamond die ich noch nie hatte diverse batterien zehn packungen von den moskitos ich habe in meiner vitrinen bestellung noch moskitos bestellt also es kommen noch zwei unboxings vitrine und ne drei unboxings vitrine pyroland und meinen veco community award gewinnen ihr dürft gespannt sein ich hoffe es hat euch gefallen wie gesagt für 280 euro bestellt da kann man schon sehr viel ja kaufen oder sich zusammenstellen und ich hoffe dass eure bestellungen auch schon alle angekommen sind und wir sehen uns dann einfach zum nächsten video also viel spaß noch und genießt die zeit und